Heul hat viel Platz. Und Tor! Das ist gespielt. Heißes Stück durch! Damit gehen wir rein. Wir machen einmal in den dunkelblauen Trikots. Gleich mit der ersten Chance. Und Plachter macht das. 1 zu 0. Fünf Sekunden. Top-Möglichkeit für München. Wieder ein Drast. Thomas Larkin! Und da ist das Tor! Da ist die Entscheidung! Da ist die Meisterschaft!